Hallo Leute, ich bin extra für euch nach Berlin gefahren, um meinen Kumpel Joe zu fragen, ob er beim digitalen Opel Treffen mit dabei sein will. Ganz klar, Sarah, beim Opel Treffen bin ich auf jeden Fall dabei. Das beste in der ganzen Geschichte ist, es wird auch dieses Jahr ein Perfect Opel Car digital geben. Die Oberschirmherrschaft wird Jens Drehbstedt führen, Head of Show and Shine. Dazu wird er euch in einem separaten Video die ganzen Details mitteilen, wie und was und warum und überhaupt. Haben wir irgendwas vergessen Joe? Wir schalten rüber zu Jens.